Hallo, Servus bei Monaco de Rücks. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich im Namen des Traveling unterwegs und ich zeige euch das Sporthotel Siljan. Und es ist ein traumhaftes Wellnesshotel und ich zeige euch als allererstes mein Zimmer. Also ihr habt gesehen, das Zimmer ist auch wirklich traumhaft. Private Sauna mit Blick auf die Bergen einfach traumhaft. Das Schöne ist, das Hotel liegt wirklich genial gelegen, denn gegenüber vom Hotel ist bereits ein Skilift. Das heißt für alle Skifans optimal und die Wellnessfans haben einen riesengroßen Wellnessbereich zur Verfügung. Saunen, Dampfbäder, Außenpool, ein Innenpool, ein Kinderpool, eine Innenrutsche. Also wirklich, man kann sich zurücklehnen und einfach alles entspannen. Genauso auch im Restaurant. Das Restaurant ist großzügig, man hat Platz, man sitzt nicht Tisch an Tisch. Man hat ein tolles Buffet oder auch tolle Menüs zur Wahl, je nachdem was es für ein Thema ist. Also auch kulinarisch absolutes Highlight und servicetechnisch. Leute, Daumen hoch. Der Hammer. Macht weiter so. Ich habe mich richtig wohl bei euch gefühlt und kann jedem nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Ich mache euch unten in die Infobox, da ist ein Link zum Hotel. Dann könnt ihr euch selbst informieren und mal genießen, wie schön das hier ist. Herrlich, diese Sonne, so im Dezember. Ich habe uns gerade einen Cocktail bestellt und den werde ich hier mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen. Ich hoffe, der kleine Rückblick hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn das so ist. Schaut selbst auch mal vorbei, lernt das Haus und das tolle Team kennen. Und ihr wisst ja, hier drauf klicken und abonnieren, denn Support ist kein Mord. Und hier habe ich ein Video für euch, das könnte euch gefallen, also klickt auch mal drauf und schaut rein. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.